Meist die Sache ist geklärt? Oh, das war, das war, das war jetzt scheiße. Junge, was hast du mich so... Äh, das gibt's doch nicht. Hey, um was geht? Wir spielen heute mal, äh, wir machen heute mal, äh, wir spielen, wir machen, ach, weißt ja geil was. Genau, wir machen ein Battle. Und zwar, ich ging der Lasse. Wo schaut's aus? In drei Multiplayer-Sachen, die es hier irgendwie zusammen gibt, also eine Runde Syndicate Games, eine Runde... Snow Spleaf. Snow Spleaf und eine Runde Super Jump. Ähm, Best of Five, also dann kommt noch zwei Runden, falls man nicht gewinnt, ne? Kommt dann so noch, äh, zum Schluss. Ja. Aber auf jeden Fall so in diesen drei Dingern hier und dann versuche ich einfach mal zu gewinnen, ne? Alle drei. Ich hab auf jeden Fall kein Schwert. Okay, hab man gesehen. Oh, 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 oh. So, ich hab dich jetzt hier mal... Jetzt hab ich... Wie viele Herzen hast du noch? Drei. Okay, Leute, ihr müsst wissen, davor haben wir noch ungefähr fünfmal gespielt und ich hab davon viermal gewonnen. Ja, wie sieht's aus? Und jetzt hab ich richtig hier... Jetzt bin ich richtig im Rage-Mode. Und, ja, dann kommen wir jetzt einfach mal hier. Lad mich mal eine Runde Super Jump ein. Oder was ist das Nächste? Dann nehmen wir doch mal die hier. Okay. Die ist ganz so nicht ganz so schwer. Okay, Super Jump. Okay, ja, das ist... Oh, ich bin da nicht so gut drin, aber naja. Ich auch nicht. Nö, überhaupt nicht. Okay, ich mach die eigentlich immer first try. So, so, so. Okay, ich bin verkackt. Oh, ich auch. Dieser erste Sprung ist immer so kacke. Meistens springt man da sehr oft runter. Und jetzt bin ich echt so doof, da lang zu springen. So. Da lang, da lang und darüber. So. Du verkackst eh noch. So, so. Danke für die Aufmunterung. Nein. Warum so... Nein, oh fuck. Ich bin einfach rübergelaufen. Wir waren beide so weit. Warst du genauso weit wie ich? Ja. Nein, du warst ein bisschen weiter. Aha, wollte ich gerade sagen hier. Ich wollte nur ein bisschen Hoffnung machen, aber... Na? Kann ja keine Hoffnung machen, wo keine ist. Ich hasse diese Einzelsprünge da. Diese Einmaleinblöcke. Ja. Springst du einmal rüber? Ohne Shift. Ohne Sprint. Ich weiß. Nein. Ich bin einfach behindert umgedrungen untergelaufen. So, und schnell hier rüber. So ärgerlich. Warum springe ich denn? Na, Alter. Ich bin einfach mal dran vorbeigesprungen. Einfach gerade springen, wie hier untergelaufen. Darüber, darüber. Schnell hier lang. Bäm. Den Anfang sch... Gibt's da. Gibt's nicht. Gibt's nicht? Komm. Kann ich kein Deutsch mehr, oder was? Gibt's nicht? Das ist doch blöd. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Mal diese Einzelsprünge, die nerven. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt ist hier... Nein, warum... Hä? Na, ich verkack immer in dem einen Sprung. Uh, da hat er die zweite Challenge natürlich gewonnen. Da steht's auch schon wieder... Ja, 1-1, würde ich mal sagen. Jetzt ist die alles entscheidende. Ja, genau. Jetzt kommt's losblief. Aber ich nehme einfach eine random map. Ja, das klingt ganz gut. Accept. Sind eh alle eigentlich alle gleich aufgebaut, also. Ja, aber du suchst eigentlich die ganzen Karten aus, ne? Das ist vielleicht ein Vorteil für dich. Wir können in einem anderen Video mal die Rückrunde machen. Dann suchst du alle Karten aus. Okay, das ist ganz gut. Das ist egal, wie alle immer aufeinander zurückkommen. Erst gar nix... Oh, fuck. Du hast geübt. Deswegen. Ja, natürlich. Das Battle gegen Jan-Christoph, wo ich einen Fuhf-Noll abgezogen habe. Nein, hab ich nicht, aber... Irgendwie sag ich immer so und dann kommt immer so ein... Nein, hab ich nicht. Oh, Junge. Nee, 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 Kollege. Das wird nix. Komm, 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 komm. Na, komm, du doch. Los, los. Komm her. Komm her, du. Nein. Nein, jetzt komm doch. Was soll ich das? Nein. Ich werde auch in das gleiche Loch reingeschwungen, weil ich in dem Moment abgesprungen bin. Du bist das Loch rübergelaufen, du Cheater. Bin ich nicht. Bist du wohl. Du läufst doch übers Wasser, du bist doch nicht Jesus. Was soll denn der Scheiß? Doch, ich bin Jesus 2.0. Oh, das war mal eine gewagte Runde und wir tänzeln uns herum. Oh, so cool. Nein, 2-2 schon wieder. Die Punkte, die ich am Anfang gemacht habe, sind schon wieder weg hier. Nein. Oh, das sagt, als könnte er mich mal hier kriegen, aber nix da. Pff, da muss er einen Wechsel. Noohohohoho. Ja. Das ist doch. Ja, man muss sich immer so konzentrieren, also das ist echt. Oh, hier ist ein Loch. Natürlich, da kannst du reinspringen. Exakt wusste, dass das kommt. Bring da mal bitte rein. Ich bin so blöd. Oh, ich komme zu dir und. Komm her. Komm, ich spring gleich zu dir rüber, okay? Ich spring jetzt rüber, warte. Denkst du auch, ne? Boah, Junge. Krieg echt Angst. Das ist aber fast für ein super Jump hier. Jetzt will er rüberkommen. Ah, der ist ja rückwärts reingelaufen. Ja, man muss auch draufgehen, würde ich mal so sagen. Sonst hat der einfach, ja, einfach gewonnen. So wie ich gleich. Nein. Und der läuft da rein. Ich hab 5-2 gegen ihn gewonnen. So, damit steht es 2-1, ne? Ja. So, komm her. Lauf nicht weg und heul nicht rum, sondern challenge mich. Was denn jetzt, was denn jetzt? Such dir was aus. Such dir was aus oder ich such mir dann irgendwas aus. Wodrin du denkst, hast du da vielleicht bessere Chancen, ne? Chancen. Und das wird wahrscheinlich, äh, genau, Syndicate-Game sein. Oh, obwohl, das Spiel finde ich eigentlich nicht schlecht, aber. Ja, aber, äh. Das ist halt ne Menge Glück. Aber hier genauso. Ja, das ist halt so, entweder findest ein Schwert und gewinnst dann, oder findest kein Schwert und verlierst. So in dem Sinn. Man modde immer. Findest ein Schwert und gewinne. Und siege. Findest kein Schwert und verliere. Also, ich hab mir jetzt gerade so ausgedacht, aber. Weißt du, dass du eins hast? Das hört man schon in deiner Stimme. Hab ich natürlich nicht. Hab ich ein Schwert? Nein. Du lügst, du lügst. Lügner. Hast du ein Schwert? Nein. Das wäre das Problem. Hm, sonst würde es vielleicht nicht gleich in Angriff gehen. Oh, die Karte. Ah, oder? Ist da bitte was drin? Hm. Abgesehen von den Diabristanischen, die ich jetzt schon alle habe. Ist das jetzt eigentlich schon ziemlich... Weißt du, die Sache ist erklärt? Oh, das war jetzt scheiße. Junge, was hast du mich... Äh, das gibt's doch nicht. Ja, was, läufst du auch rückwärts? Ich spritte nicht. Ich bin schneller als du. Ja! Was hab ich... Wie viele Punkte hab ich? Ich hab 3, 2, ne? 3, 1? 3, 2? Wie viel steht's denn jetzt? Keine Ahnung. Okay, wir machen noch eine Ehrenrunde. Die letzte Runde, die alles entscheidet. Ich challenge dich. Ja, komm her. Jetzt geht es um sie und... Hi. Ähm, ähm, ihre. Ich suche aus. Äh, suchen wir. Äh. Das sind doch mal Death Island. Ist die schwer? Die schöne Kisten glücken nicht. Okay, nehmen wir die. Die ist so moderate, also modern. So die sch... Du brauchst das Map für den Villager. Ja. Okay. Super, wo bist du denn? Komm her! Los! Jetzt ist der da hinten. Ja, ich bin aber weggelaufen. Dann ist es mir auf dich. Kacke. Die haben wir früher mal gespielt. Ach, weißt du was? Äh, äh, suchen wir einfach eine aus. Uh, das war schnell angenommen. Oh nein! Nee! Verdammt. Ich weiß nicht, wo das Ziel ist. Ich glaub, ich hab sie auch noch nie geschafft, aber... Äh, ja. Ich glaub, ich hab sie schon mal geschafft, aber die ist nicht ganz so einfach. Ist sie auch nicht. Sind wir hier bei... Wenn du dir schon direkt runterfällst. Ja, oder wenn man einfach rüberspringt. Oder sind wir hier bei... Spielen wir hier die leichtesten Karten? Sondern hier geht's um... Nein! Hart! Hart an hart! Oh, ich hasse es mit dem Kuchen, weil du kannst auf die Kante vom Block springen. Dann stehst du ja nicht auf dem Kuchen drauf. Ja, das ist echt so. Das ist richtig nervig. Vor allem... Oh! Nein, was springe ich denn da auch runter? Ja, der Sprung zum zweiten Baum ist auch. Nee, der geht eigentlich. Du musst runtergehen und... Ja, der geht, aber... Ähm... Das ist so ein Flüchtigkeitsfehler, weißt du? So... Och, Mann, ey! Bist du mir wieder runtergefallen? Aber ich muss sagen, wir sind beide jetzt nicht hier so die... Leute, die unbedingt... Jeden Tag... Ähm... Ne? Hier Superjump spielen müssen, also Jump'n'Runs. Ich hätte gerne einen Checkpoint. Ja, natürlich hätte ich das. Ich hätte gerne einen, hab ich gesagt. Ja, es wird wahrscheinlich im Endeffekt daraus ausarten, dass wir die Map scheiße finden. Ja, ja, aber wir können nur irgendein anderes spielen. Also nur wieder spielen, weil wir zu kacke sind, um uns den Namen zu merken. Ja. So. Okay. Ich hab ja einfach so... Mal, Alter! Mann, ich war schon... Guck mal, siehst du die Wolken? Ja. Ja. Da war ich schon drauf, am Ende. Dann wäre mir nicht runtergefallen. Am Ende kommt ein richtig asozialer Sprung. Hast du das Ziel schon gesehen? Ich hab mich so oft geachtet, aber ich denk mal, das kommt dann auch irgendwo da. Okay. Ähm... So. Aber... So funktioniert es auf jeden Fall nicht. Aber... Rübergesprungen, scheiße. Also wenn du auf den Baum hochkommst, diese Leiter, dann ist einfach... Bis zum Ende der Wolken. Das ist pretty easy. Okay. Wenn man für diesen scheiß Kuchen weg ist. Ja. Ich glaub, das ist das Schwierigste einfach daran. Weil die halt nicht so groß sind wie ein kompletter Block. Sondern du echt hier an der Kante noch stehen kannst. Versuch das alles so first run zu latschen, aber das funktioniert alles nicht. Nee. Also... Einlauf zu benutzen. Oh, jetzt ist die einfach ruter laufen. Also bis zum Baum geht es eigentlich noch, aber danach... Welchen Baum? Grün. Ja, ja, okay. Aber ab dahin scheitere ich nach dem zweiten Kuchen. Hä? Der ist doch voll einfach. Der wird hier. Und das war der dann auch nicht mehr. Ja, hab ich hier... Da gibt es eine Kuchentreppe und das war's. Hier kommt doch noch so ein kleines Jump and Run hinter dem... Nee, hinter dem blauen... Hinter dem Baum jetzt. Ach so. Das war meinst du, wo die Leiter ist. Nee. Ich bin ganz so kacke dafür. Irgendwann habe ich es einfach geschafft und jetzt schaue ich es gar nicht. Na kacke jetzt... Bitte nicht. Ich geh mal kurz zu. Ja. Das ist verdumm. Ich hab zu früh... Ich hab zu viel Steuerung gerückt oder bei den meisten auch Shift, dass ich sneakke. Du musst doch gar nicht Steuerung drücken. Oder Shift. Einfach anspringen, das war's. Bleib immer gern wo hängen, verstehst du? Das ist eine Leiter, die geht einfach... Die geht senkrecht nach oben. Da kannst du nicht runterfallen. So. Das hier... Oh. Ich bin echt so doof, hier irgendwas zu machen. Wenn man auf die Kante vom Kuchen springt, dann... Um man auf das Sprinten, dann ist das richtig scheiße. Ja, das ist... Echt so. So, so... Okay, das haben wir... Ich finde ja, den Sprung, ungefähr auf der Mitte von dem... Jump Run nach dem blauen... Baum... Ist so ein Vierersprung, der ist asozial. Kuchen. Okay, von Kuchen zu Kuchen? Ja, natürlich. Ja, fast alle. Ja, bei mir ist das ein grüner Baum. Achso. Aber, ja, ich weiß. Bei dem bin ich auch schon ein, zweimal verkackt. Okay, jetzt bin ich direkt vor dem Sprung und lauf einfach nur runter. Ehrlich? Ja, so, so, so. So, hier so ganz coole Tricks mit der Mausbewegung. Siehst du den, wo ich gerade bin? Guck mal kurz zu mir. Ja. Der hier. Ja, genau den meine ich. Ja, der ist asozial. Ich hätte es dir eigentlich gewünscht, dass du jetzt runtergefallen bist. Nein! Am einfachsten Sprung an der Leiter bin ich runtergefallen. Okay, das... Und ich lauf nach hinten. Vor allem die Wolken sind so einfach, ne? Ja. Ich hab das mal geschafft. Und bin da einfach durch die Wolken durchgefallen. Junge, das sind so einfache Sprünge. Mhm. Vor allem hier geht es um alles jetzt gerade. Vor allem, ich bin zu kacke dafür. Den haben wir... Oh man, ich lauf immer hinten runter. So. Vor allem, ich versuche weiter als du bei der Map. Aber ich will einfach... Ich will einfach Checkpoints haben. Ganz einfach. Das ist hier ja keiner... Einmal die Map mit Checkpoints und einmal ohne. Das finde ich gut. Oder du hast... Das wäre schon... Du hast so... Das wäre schon... Drei Blöcke mit dem Meter. Und da kannst du dir selber drei Checkpoints setzen. Okay, ja. So, wo du möchtest dann halt so. Oh, Mensch. Das wäre schon ganz gut. Aber das würde dann einfach einen Schwierigkeitsgrad nicht mehr ausmachen. Ja, komm. Für Leute, die es nicht so oft spielen, ist das gut. Ja, weil wir sind jetzt hier nicht so die Cracks, ne? Ja, ich habe es ja schon geschafft, aber... Ich schaffe es halt nicht wieder. Das ist das Problem. Vor allem, man macht unsere Flüchtigkeitsfehler. Aber das ist echt... Weil man ist auch so die Grenze erreicht, wo man dann... Hab ich auch schon... Den scheiß Kuchen nicht mehr sehen! Battle gegen euch. Kuchen ist eigentlich ziemlich lecker. Ja, ist er auch, aber... Legt er nur noch auf. Wenn man dann zum Beispiel runterläuft... Ne, irgendwann ist der Punkt einfach erreicht, wo man... An jedem Sprung irgendwie verkackt, der eigentlich nur noch leicht ist. Genau. Ich würde sagen, wollen wir nochmal einen leichten Arena nehmen? Sagen wir noch, wenn ich die 50 erreicht habe, okay? Oh. Naja, okay, ich sag... Machen wir hier dann noch einen Last Try, okay? Ne, 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 bist du die 50 erreicht, das passt schon. Vielleicht schau ich jetzt besser hier nochmal auf. Ich bin hier runtergefallen. Hä? Oder warte, bis einer die 50 erreicht hat, okay? Oder bis jemand im Ziel ist. Hahaha. Ähm. Bis einer die 50 erreicht hat. Ja, du bist ja knapp hinter mir, also. Okay. Oh, Mann. Ich hasse diese Küchen... Küchen. Kuchensprünge. So, Ende. Was hast du denn jetzt gemacht? Weiß ich nicht. Okay, lass mich doch in den Last Try, du kannst mir ja zugucken. Ich hab so oft gefällt, nein. Ich hab runtergesprungen. Okay. Okay. Oh, okay. Mach... Slash... Machst du? Mach du. Machst du mal. Ich mach das mal, okay? Mir ist scheißegal, welche Punkte ich da habe. Ja, ich krieg die Punkte. Okay. Uuuh. So, und dann suchen wir uns nach Superjump und dann machen wir einfach nochmal... Mach Ozean oder so. Die sind nicht ganz so schwer. Nö, 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 nö. Die hatten... Ich glaub die. Wie hieß das? Oh, willst du mich verarschen? Ja, die hat ja auch in meinem Battle und die ist eigentlich... Die ist ganz gut, nur der letzte Sprung ist dann immer so ein bisschen der Kack. Ich war immer auf der anderen Seite. Ich hab das schon mal gesagt in einem Video, glaub ich. Ich hasse Jump Ones auf Blöcken, die nicht fest sind. Also auf so schwierenden Blöcken hasse ich jetzt. Warum? Ich weiß es nicht. Dann halt immer so ein bisschen... Das ist natürlich jetzt eine richtig leichte Karte. Ja, vor allem weil ich jetzt schon runtergefallen bin. Und ich bin auch runtergefallen, kurz vor dem Ziel. Och, komm schon. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich einen Sprung schaffe. Und deswegen... Der dritte Sprung ist irgendwie... Also zerbisch, finde ich gerade. Jetzt kann ich spinnen meinen Arm hochgelaufen. Das ist nicht lecker. Lecker. Dann Mittagessen? Habe ich gerade vermascht, ja. Okay. Und dann haben wir hier... Oh, komm schon, ey. Meine Fresse. Geht immer noch um alles. Ich kriege den dritten Sprung gerade nicht hin. Um den Sieg geht es... Und ich möchte ungängigen Lasse verlieren, weil... Ihr wisst alle, ich bin deutlich besser als er. Und du gibst halt nie so offen zu. Diesen scheiß Sprung schaffen, Mann. Oder was sagst du dazu? Keine Neu. So. Genau, das sagt es dann schon. Lasse konzentriert sich ziemlich. Nein, dieser eine Sprung, ey. Der regt mich auf. Welcher denn? Keine Ahnung, da kommst du mittendrin irgendwann. Du springst so hoch. Genau den, den ich gerade geschafft habe. Das ist ja schön, Lasse. Ich finde es nämlich jetzt blöd. So. Die ersten Sprung sind alle total langweilig. Und jetzt ist Lasse von... Nein, ich habe den letzten Sprung schon wieder. Das gibt es doch nicht. Boah, ich springe wieder runter, ey. Mann, ich war im letzten Sprung. Kacke. Ich habe den letzten Sprung... Ich habe die Plattform gesehen und bin dann einfach... Ja, ich auch. Ich war im letzten Sprung. ...gegen den Eisenblock einfach gegengesprungen. Ja, ich auch. Von der Plattform, ne? Und da... Ja. Weil es ist kack... Ich glaube ein Dreiersprung mit Erhöhung. Oder Vierersprung. Mann, schon wieder, ey. Ich bin ja gegen den Rand von der Plattform gesprungen. So gibt es doch nicht. Okay, so. Das regt einen auf, ey. Und jetzt? Glaubt ihr gar nicht. Der letzte Sprung. Ich gucke dir gerade zu. Schaffst du aber nicht. Gehen wir noch... Ich bin viel zu früh abgesprungen. Merke ich gerade so. Aber direkt hinter dir? Nein! Ich wollte das Ganze... Ich wollte das Ganze ein bisschen... spannender machen. So... Komm. Schnell hier lang. Und... Darüber. Und... Guck mal mal nach da hinten. Gehen wir mal auf deine Seite. Und gucken hier mal ein bisschen rüber. Fick dich doch. Lassen die noch mal ein bisschen rüberkommen. Und dann... Um das Ganze noch mal ein bisschen spannender zu machen. Fick dich. Ich freu mich schon so total. So, komm. Ach, nur noch nicht bitte, okay? Jetzt habe ich es geschafft. Jetzt habe ich es geschafft. Scheiße. Das ist die Motivation. Weil ich jetzt zum Ziel gekommen bin. Und ich bin der Winner. Der Gewinner. Jetzt haben wir beide gewonnen. Weil ich bin auch zum Ziel gekommen. Ja, aber deutlich nach meiner Zeit. Du bist nur Zweiter gewesen. Also mal wieder nur ein Rang unter mir. Ich verdanke. Wir beenden die Seals jetzt auch. Weil ich habe nicht Hunger. Ja, Lass hat Hunger. Ich habe gewonnen. Ich muss das jetzt richtig fett feiern. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Moment mal ganz kurz. Ein ganz kleinen Moment. Okay. Es ist jetzt 21.14 Uhr. Und ich habe noch nichts gegessen. Und? Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Und damit beenden wir die Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.